Tag 6 in This War of Mine The Little Ones Hallo, seht euch die ganzen Dinge an. Ich wünschte, ich würde jede Nacht so viel mitbringen. Ja, willkommen und damit ein Heyho und herzlich willkommen sogar hier bei This War of Mine The Little Ones. Die Nacht war ruhig. Livers war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Und Iskra. Es scheint so, als würde Iskra anfangen, sich ein wenig unwohl zu fühlen. Ach, scheiße. Ach, Mann, Iskra. So, du stehst ja so perfekt da. Was hast du denn? Viele Menschen in unserer Gegend sind zur Vorsicht in den Keller gezogen. Wir fühlten uns alle dort sicherer, obwohl die Lebensbedingungen nicht die besten waren. Ich hörte Geschichten von Menschen, die lebendig in ihren Kellern begraben wurden. Habe sie aber nicht Iskra erzählt. Ich wollte ihr keine Angst machen. Oh, er ist sonnenlieber Vater, ne? Er ist sehr hungrig, ne? Ja, sehr hungrig. Okay. Wir brauchen zwei Dinger. So, hier zwei Dinger herstellen. Gott. Katja. Wir müssen sicherstellen, dass wir genug Essen für alle haben. Ja. Ne, du sollst mit ihr reden. So. Iskra wird sogar leicht krank. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Sag ich jetzt mal. Nicht so schön. Du stellst gleich mal hier so. Sag herstellen. Äh. Ja. Stell nochmal einen her. So. Und versuchst du mal hier ein bisschen deinen Hunger zu stillen. Was hoffentlich bald auch Funktionen noch geht. Einstellst du da schon mal her. Du bist trotzdem noch hungrig. Alter. Fehler. Ja. So. Du hast nicht genügend Wasser. Scheiße. Scheiße. Dann komm schnell hier rüber. Hätte ich das mal gewuscht. Nicht genügend Wasser. Juhu. Dann frisst du halt Fleisch roh. Iskra. Ähm. Sollte eventuell, wenn sie krank wird. Äh. Du gehst da nicht hin. Warte mal. Katja kann doch gut feilschen, ne? Oder bin ich da jetzt falsch informiert? Du gehst da hin. Weil wenn sie falsch, dann ist das kann vorteilhaft sein. So. Ich hab hier das. Ich brauche Essen. Und den da. Und Wasser. Wasser kann ich auch gut gebrauchen. So. Was du noch bekommst, kann das sein. Und ein paar Waffenteile. Das kann nämlich hilfreich sein. Okay. Äh. Hier. Kriegst noch Zucker. Nein. Das nicht. Aber dafür eventuell. Äh. Den da? Nein. Okay. Dann schaue ich mal, was ich hier noch wegnehmen kann. Okay. Nichts Wirkliches. Gut. Zack. Ich krieg hier ne Medizin. Du bist krank. Du brauchst Medikamente. Nimm das. Genau. Genau. So. Du bist hungrig. Du kannst den da nehmen. Du kannst mal kochen gehen. Was hoffentlich jetzt funktioniert. Ja. Das funktioniert jetzt. So. Immer noch hungrig. Oh shit. Ja. Du bist sehr müde, aber nur. Du bist gar nicht hungrig. Das heißt, du kannst da schlafen gehen. Du bist leicht hungrig. Das heißt, du kannst essen und du kannst essen. So. Du bist ja auch schon fertig mit Essen. In der Hinsicht. Du bist so. Du bist müde, hungrig, leicht krank, aber zufrieden. Dann gehst du mal hier runter. Dann gehst du mal hier runter. Ich kann. Ich kann. Oh Gott. Kannst du mich in den Arm nehmen? Na komm. Na komm. Ich gra. Komm her. Ja. 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 na okay egal ich gerade du solltest eventuell ja komm du wirst erst mal ja so dann habe ich hier noch ein bisschen was zu was ich jetzt denken kann ach ich gerade du kannst jetzt hier das machen ich war so du schaust mal kannst du hier irgendwas herstellen ja nein eventuell ja nein okay kannst du hier noch irgendwie upgraden ja du kannst den upgraden das ist super weil dadurch kann ich ja mehr herstellen und auf jeden fall muss ich hier ein paar reparaturen wie man sieht mal durchführen das ist hilfreicher weil da kriegst du das besser hin wenn du natürlich das auch bauen kannst so dann geht man her natürlich fehlt holz wie man sieht kann man nämlich jetzt noch ein bisschen mehr herstellen was ja hilfreich ist aber problem ist ich habe hier überall zu wenig material aber es ist nicht so allzu wild so ich würde sagen wir wenden mal den tag dann kann ich wenigstens mal noch ein bisschen auf suche gehen so was geht plündern du stehst wache du stehst wache und du ins bett damit du nicht weil du krank bist ein ruhiges haus unberührt ist einige sind immer noch bewohnt die leute okay das sind die bewohnten häuser etwas waffen eine menge das ist noch eine menge material und so dann gehen wir dahin ich glaube die brauche ich nicht mehr ich glaube ja oben war ich ja eigentlich in der hinsicht schon und alles ich glaube ich habe nur noch dies was hier drin ist wenn ich so jetzt richtig gesehen habe so auf jeden fall will ich hier so dann brauche ich auf jeden fall sehr viel holz bisschen bücher kann man auch mitnehmen aber im grunde brauche ich das ist das wird das meiste sein was ich brauche wirklich holz nachkommen die bücher dass ich jetzt erst mal hier liegen so was einen einfachen grund weil ich brauche das holz und die materialien hier um ja das haus zu befestigen in dem sinne tag sieben mal gucken ja ich wünsche jede nacht die hapo das dachte ich mir viel wurden ausgeplündert jemand hat versucht bis in der nacht gekommen um unsere sachen gewaltsamen mitzunehmen so was war versuche nach vorräten jemand hat versucht uns auszuräumen es ist ziemlich zähe gruppe aber wir haben es geschafft sie fernzuhalten glücklicherweise waren wir alle bewaffnet jeder von uns keiner von uns wurde verletzt und die angreifer haben nichts gestohlen das hört sich schon mal gut an ich habe angst ich habe angst ich will nicht dass die bösen leute wieder herkommen kannst du sie davon abhalten wieder herzukommen ja so du bist sehr müde aber du kochst jetzt erst mal noch eine runde und zwar ja kann ich im grunde nur eine sache und du bist auch sehr müde ach gott sind ja alle so müde die warte warte nein verlassen ich gerade darf das machen du schaust mal was du da herstellen kannst ich gerade war dann mal da oben ein filter wird hergestellt sobald der filter hergestellt wird fängt nämlich ich gerade erst mal hier den filter einzusetzen und was hängt jetzt gleich erst mal an hier zu den ganzen spaß zu verstärken so gut es geht nämlich hier das ding so du du bist hungrig du kannst essen so sei denn scheiße ich weiß gar nicht okay du bist aber sehr müde deswegen ab nach unten zack 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 okay okay ist klar geht mal spielen ist auch sehr müde und so aber es ist noch okay so dann schauen wir mal was wir noch herstellen können sage ich jetzt mal da fehlt mir jetzt wieder holz ok ein kräuter garten eine kräuterwerkstatt könnte ich machen von bandagen medizin und sonstiges ja ist zwar für an sich schön und gut aber ich dass das erst mal diesmal gucken essen herstellen beziehungsweise produzieren beziehungsweise kochen ja okay das kannst du auch vergessen in der hinsicht na toll ja was machen wir denn jetzt wir schauen mal ob wir werkzeuge irgendwie was machen kann upgraden können nein können wir nicht eine kräuterwerkstatt will ich aber nicht bauen weil ich würde die schon erst mal die fallen hier dann später bauen ja dann würde ich sagen bänden wir den tag mal wieder so dann gehst du plündern du stehst wache du stehst wache und wir gehen dann hier rein plündern dass wir schön viel material kriegen so ich weiß sind einige tage jetzt die ich hier einfach durch was aber lieber so als dass ich hier der hinsicht so das holz und material so holz und material das ist gut so und ab verlassen ist besser so als dass wir hier ne doof rumstehen und gar nichts machen so was für eine nacht ja material gefunden du bist sehr müde und hungrig ich würde sagen da schauen wir mal ob wir da irgendwie wird ja wir kriegen da wenigstens ein essen hin so du wirst schätze ich mal nicht dachte ich mir du kümmerst dich dann mal darum dass da jetzt gerade mal ein filter hergestellt wird ja ich bin weiter herum gekommen als all meine freunde und verwandten ich habe berühmtheiten getroffen und die leser fanden meine interviews lustig und prägnant aber wenn ich versuche meine erlebnisse niederzuschreiben dann kann ich es nicht ich möchte meine meine verwandten finden und sie umarmen statt über sie zu schreiben ich wünschte ich hätte sie öfters gesehen meine geschichte ist schon hart wenn man bedenkt ich mal selbst dings ist ja schon hart bedenkt dass hier wirklich du bist hungrig okay ich krach ich krach du gehst mal nach da oben und du gehst mal ins bett wo willst du hin du rufst dich da nur aus okay genau du machst man da ich schaue mal dass ich hier jetzt genau noch etwas von dem herstellen kann und du kannst ja mal gucken ob du dann noch was herstellen kannst nee warte da ist jemand an der tür stopp du geh mal runter du gehst an die tür und du kümmerst dich da oben um das ding weil sie kann gut falschen also was nun ich habe nicht den ganzen tag seit hier hast du fleisch ja du hast fleisch und wasser das sind erst mal die wichtigsten aspekte so das habe ich zum handeln hier 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 dass das reicht nicht hier 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 kommen vielleicht das reicht nicht mehr ok und tschüss schönes ding ja schließt mal die tür danke ok jetzt müsste ich eigentlich noch genug haben um dass ich noch essen kochen kann ja einmal toll aber hier ist ja schon wasser in generierung mach mal hier weiter dann hast du Dings dann kannst du hier noch mit Iskra reden dann reichermann amaran bettler anwalt was liste bis 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 die bis 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 daddy papa warum töten menschen andere menschen kinder haben es nicht leicht im krieg weil sie vergessen haben wie man miteinander spricht ja leider leider so was vergessen leider viele dass man weiß wie man miteinander spricht war nicht nur weil sie dann krieg ausbrechen sondern auch wegen was anderem so zack dann schauen wir mal was geht plündern wache stehen wache stehen schlafen verlassen das haus genau wir gehen nur plündern einfach nur mal wieder rein sagt auffüllen sagt weg denn wir brauchen da nicht mehr allzu viel von ich nehme einfach jetzt somit so ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr schaltet auch in der nächsten folge wieder ein wenn es weitergeht hier bei this war of mine sind wir uns mit mir euren levers tschüss Ciao!